hallo leute hier ist wieder den 28 mit den 28 tube und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich beantworte mal wieder meine tels auf telonym und ich würde mal sagen let's go damit das video nicht so lange ist erste frage wie oft schaust du auf dein handy sehr oft wenn du eine genaue zahl wissen willst das weiß ich nicht aber ich sage nur so wenn du wenn du mich plötzlich nach einer genauen zahl fragt dann zeige ich den vogel ich sehe doch nicht jedes mal nach wenn ich das handy schaue allein jetzt war ich drei mal oder so eine ahnung nächste frage was für ein traum kannst du dir wahrscheinlich nicht erfüllen ich denke die kleine rand nicht rand sondern hand die kleine hand voller zuschauer können diese frage ebenfalls schon wissen es ist der traum es ist mein traum berühmt zu werden diesen traum werde ich wahrscheinlich nicht erfüllen können ich träume seit meiner kindheit davon berühmt zu werden leider sehe ich es immer mehr ein dass das auch weiterhin nur ein traum bleibt weil ich bin jetzt fast schon sieben jahre habe ich auf youtube war es glaube ich oder sechs jahre und ich weiß nicht mal genau wie lange ich habe 2016 an 2016 habe ich angefangen und jetzt ist 2021 sogar 22 schon also ich versuche es halt seit jahren aber es hat nie wirklich geklappt ich musste jetzt sogar eben meinen kanal wieder umbenennen weil der neue name überhaupt nicht gut ankam und ja das ding ist halt das ist leider sehr schade aber nicht jeder ist halt dazu geboren wurden berühmt zu sein natürlich finde ich es scheiße dass ausgerechnet ich da wirklich diesen traum hat es nicht schaffe weil ich leider nicht dazu geboren wurde wahrscheinlich berühmt zu werden weil das leben ist halt nicht fair das muss man halt wirklich sagen das leben ist halt nicht fair es gibt da leute wirklich die die ein schönes erfolgreiches leben haben dürfen vom schicksal her die dann eben ja die die fans haben die berühmt sind die sich einen name in der welt gemacht haben die auch nach ihrem tod in erinnerung bleiben durch ihre werke und so und andere haben halt dieses glück leider nicht und sind halt einer von vielen die leider in einem in der riesigen masse untergehen ich meine vielleicht schaffe ich es ja eines tages meinen traum doch noch zu erfüllen aber ich mache mir da nicht mehr so große hoffnungen muss ich sagen auch wenn auch wenn ich immer sage sobald man eigentlich daran zweifelt bringt es ja eh nichts mehr aber sie immer ganz mehr an sich macht es jetzt seit jahren und ja ist halt so ich meine wenn es halt nichts wird dann ja also nächste frage was hast du momentan für einen für einen wunsch ich möchte die welt zu haben wie vor 2009 10 also wie bis 2019 meine ich eben ohne die ganze euro draußen mit maske zu tragen oder eben irgendwo als ungeblich rein zu dürfen wegen 2g oder sonst irgend so ein scheiß also einfach den zustand der welt wie früher wo du mit den heutigen sachen mit den heutigen aussagen so theoretisch in die klasse gekommen wärst wenn du wenn du das sagen es gesagt wird ist ja okay nächste frage wie findest du es wenn autos sehr laut sind ich habe damit er ist ja kein problem ich habe auch generell mit autos kein problem und eben mit lauten autos also nö ich finde es irgendwie cool nächste frage kannst du ein instrument spielen ich denke nicht ich habe zwar ein keyboard hinten in meiner ecke aber ich spiele es kaum und habe es halt nicht unbedingt geprobt und kann es halt deshalb nicht spielen ich habe es natürlich trotzdem weil ich es ja trotzdem ab und so üben möchte und so äh und sonstige instrumente habe ich nicht ich hatte da schon mal viele instrumente in mein leben aber habe gesagt die meisten instrumente passen nicht zu mir zum beispiel hatte ich mal eine flöte die ich aber nicht spielen konnte also flöte spielen kann ich überhaupt nicht und ich habe auch gesagt das generell passt nicht zu mir dann hatte ich mal bongos die konnte ich zwar spielen habe aber direkt so gesagt das ist das ist nicht meins ich hatte mal eine gitarre tatsächlich auch ähm die konnte ich aber nicht spielen und ich glaube die seiten sind kaputt gegangen und ich kann halt nicht äh stimmen und dann ist dann eben ein keyboard ok und jetzt die letzte frage chillst du lieber zu hause oder draußen das ist tatsächlich so eigentlich äh ich chill zu hause nicht draußen wenn ich hier drin bin ist es nicht chillen chillen tue ich eigentlich nur draußen weil es einfach am entspanntesten ist an der frischen luft und so und einfach mal frei von allen gedanken das ist ziemlich hier drin das ist das ist halt äh drin nicht so der fall da hat man die gedanken draußen kann ich alle gedanken lernen alle sorgen und sonst was so auf jeden fall das war's wieder mit dem video bis zum nächsten mal falls euch dieses video gefallen haben sollte dann lasst ein like da und wenn ihr von anderen videos abonniert diesen kanal und drückt auf die glock kommt kein neues video verpassen und übrigens nur kurz sagen möchte irgendwann versuche ich ehrlich gesagt auch ähm dass man die fragen sehen kann wahrscheinlich würde ich es so machen dass ich ähm irgendwas hier im bildschirm mache sobald ich eben besser aufnehmen kann und so würde ich vielleicht dann auf mich auch anonym anmelden über webseite und dann vielleicht so aufnehmen dass man auch die fragen sehen kann aber jetzt erstmal tschüss